so weiter geht's und was machen wir denn heute können ein paar teile jetzt wechseln gott sei dank ein paar teile jetzt So, wunderbar. Dann geht das mal an der Story. Diese Crew, die Dreamkillers, hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Du- Okay, wir wollen ein bisschen Action. Das ist echt scheiße. So, den haben wir auch richtig. Okay. 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 So. 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 Da geht es jetzt. Na super. Ich bin gerade an einem Wächtigen, du rätst an einem ASG mit dir. Ich schlafe ihn hier und gehe ihn aus dem Verkehr. An alle Einleitung, wir haben eine verdächtige Person im Visier. Gefällt ein AMG mit Schieffekten. Ey, wo sind die Person nicht hier? So, wir dann kommen. So, wir kommen. Okay, Leute. Eure Kaffeepause ist vorbei. Unser fürchtiges Fassel von vorhin hat anscheinend noch nicht genug. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen weg. Das ist jetzt. Also, wir kommen den Daumen hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, hat es wieder verloren. 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 Probieren wir mal diese Zeit von hier aus. Ah, ja, ja. Genau. Hätte besser sein können. Okay. So, okay. Das haben wir auch ledig. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Theoretisch das Ding da. Okay. 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 Dieser Kopf hat mein Leben zerstört. Hey, Anna. Wenn ich einen Burger will, muss ich rausgehen und laufen. Das ist nicht gesund. Warum gehst du nicht an den Strand? Entspannst dich. Genieß den Sand zwischen den Zähnen. Äh, wie bitte? Du hast recht. Du hast recht. Blöde Idee. Mir fällt schon was ein. Na dann viel Glück. Guck mal, meine Frau. So. Frister das Stab. Die nächste. Diese Teil. Schön, dass du zurück bist. Der erste Kurs war nur ein Warm-up. Der hier ist ein anderes Niveau. Probieren wir es? Das ist so dürf. Das gehört ganz dir. Halt dich nicht zurück. Guter Anfang. Aber ist das Können oder nur Glück? Moment. Vielleicht ist der Kurs ja doch noch zu viel für dich. Kurs. 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 Du hättest vielleicht ein bisschen mehr üben sollen. Ah, der ganze Knie, das wird ja wirklich nie wieseln. Was ist mit dem Auto? So, warte mal, ja hier. Gut, wir müssen was anderes, dann fahren wir auch weiter mit dem Brennen. So, warte mal. So, wie soll es das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, bis dann. Jetzt wollen wir mal kurz die Garage mitnehmen hier. Okay. 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 Das gewinnen wir schon, keine Sorge. Die Sorge, die Sorge, die Sorge, die Sorge. Okay, also für das Thema dazu, die ziehen wir mal ein bisschen weg hier. Dann kämen wir nur auf 3, das ist natürlich nicht gut. Jetzt mal eine 2. So. 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 Jetzt mal wieder vorne. So. 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 Ich komme mit. Das war's. Jetzt sind 500 Meter. Pass einfach. Schön, schönes Geld. So. So. Hmm. So. 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 Garage entdeckt. So. 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 So.